Es war bloß ein Gerücht und nun bestätigt sich das Ganze. Rapper Offset und Rapperin Cardi B gehen ab jetzt getrennte Wege. Wie das Power Couple aus den USA bekannt gibt, sind mehrere Sachen vorgefallen, was die Beziehung nun erschwert. Offset soll sie scheinbar ersetzt haben oder nicht ganz treu gewesen sein. Und sie zieht einen Schlussstrich. Keine Lust auf negative Vibes und wenn er andere haben will, kann er das gerne tun. 2024 will sie so starten ohne negative Energie. Diese Last aus diesem Jahr lässt sie da, wo es hingehört und startet das neue Jahr mit neuen Leuten und einer positiven Aura. Im Stream bricht sie nämlich jetzt ihr Schweigen und bestätigt die Gerüchte rund um die Trennung der beiden. Außerdem glauben viele, dass Blueface Freundin irgendwas damit zu tun haben könnte. Bestätigt wurde es nicht. Hier gibt es einen kurzen Ausschnitt aus dem Stream. Ich glaube, es ist es gut. Ich sage, es geht, es geht um, ich weiß. Ich bin ein Windisch für ein Minute, aber ich habe insofern. Ich bin nicht stolz, ich bin nicht sicher. Ich habe nicht nachvoll, wie sie sich tun. Ich habe heute so versucht, das schon eine sign. Der letzte Mal hatte ich auf live, ich wollte ihr euch, zu wissen. Ich wollte ich dich aber nicht wissen, wie ich mich verbesserte. Das war ich? Ich hatte meine Gedanken. Aber es hat sich eine Zeit für ein Minute. Aber es hat sich für ein Minute nach. Untertitelung des ZDF, 2020